Sie ist redselig, strahlend schön und hat jede Menge Humor. Barbara Schöneberger ist einfach für die Bühne gemacht. Ich lauf mich schon mal warm, der Deutsche Radiopreis 2019, betitelt die hübsche Moderatorin ihr neuestes Video auf Instagram. Doch vor lauter Euphorie hätte Barbara hier fast zu viel gezeigt, denn während die hübsche Blondine singend auf die Kamera zuläuft, wirbelt sie ihren Rock gefährlich weit nach oben. Hoppla, hier hätten die Fans der 45-Jährigen beinahe ihren Schlüpfer gesehen. Doch das kleine Missgeschick scheint Barbara keineswegs zu stören. Sie fühlt sich pudelwohl, das ist nicht zu übersehen. Freudig strahlt sie weiter in die Kamera und zeigt dabei ganz schön viel Bein. Auch die Fans scheinen nichts vom beinahe Höschenblitzer mitbekommen zu haben. Sie überhäufen die Moderatorin mit Komplimenten wie ein geiles Outfit und geile gute Laune, ein traumhaftes, wunderschönes Outfit, passend zur Trägerin oder Deutschlands beste Moderatorin und Entertainerin, toll Barbara, wir alle lieben dich, sind nur wenige der begeisterten Kommentare. Barbara Schöneberger ist und bleibt einfach herrlich sympathisch.